Die Wollnis, Familienoberhaupt Silvia, zeigt sich in einer neuen Folge ihrer Dokusop sehr emotional. Die Tränen fließen. Am Mittwochabend, 27. September, laufen wieder neue Folgen von Die Wollnis, bei RTL 2. In dieser Episode geht es unter anderem um das Erbeben in der Türkei, welches Anfang Februar 2023 Tausenden Menschen das Leben gekostet hat. Die Großfamilie war zu diesem Zeitpunkt in ihrem Ferienhaus in der Türkei. Zwar blieben, die Wollnis, größtenteils unversehrt. Doch sie bekamen die Stimmung in dem Land hautnah mit. Die schrecklichen Ereignisse gehen der gesamten Familie ziemlich nah. Vor allem Familienoberhaupt Silvia steht unter Schock. Sie kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Wollnis, sammeln Sachspenden für Opfer. Kurz nach der Erbebenkatastrophe werden Silvia und ihre Kinder sofort aktiv. Schließlich haben sie das Leid der Betroffenen mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nicht an Ort und Stelle. Wir waren 500 Kilometer von den Menschen entfernt. Aber wir haben sie gesehen, als sie in Bussen ankamen und in die Hotels gebracht wurden. Und wer das nicht sieht, der kann sich das einfach nicht vorstellen, erzählt die 58-Jährige mit Tränen in den Augen. Für sie ist ganz klar. Sie möchte helfen, wo sie nur kann. Die Wollnis, Silvia von Emotionen übermannt. Während die Familie die Spenden sortiert und für den Transport in die Türkei vorbereitet, bricht Silvia Wollny bei dem Gedanken an die Erdbeben immer wieder die Tränen. Uns könnte das alle genauso treffen, wenn wir ehrlich sind, gibt die gebürtige Neusserien schluchzend von sich. Während ihre Töchter versuchen sie zu beruhigen, fügt sie hinzu, Die Bilder kriege ich gar nicht mehr aus dem Kopf raus. Die neuen Folgen von Die Wollnis, eine schrecklich große Familie, laufen immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL 2. Falls du die Sendung verpasst hast, kannst du die Wiederholung in der Mediathek nachschauen. Die Wollnis, Untertitelung des ZDF, 2020